In diesem Video wollen wir uns die Partialbruchzerlegung anschauen, die uns erlaubt, eine gebrochen rationale Funktion als eine Summe von einfacheren gebrochen rationalen Funktionen zu schreiben. Und wir beginnen mit einer echt gebrochen rationalen Funktion r von x. Das bedeutet, dass r von x ist ein Quotient. Ich habe ein Polynom p von x von echt kleinerem Grad als ein Polynom q von x und ich teile p von x durch q von x. Deswegen ist es eine echt gebrochen rationale Funktion. Und was wir annehmen wollen ist, dass das q von x schon zerlegt worden ist als ein Produkt von Linearfaktoren, also x minus Lambda i zu einer gewissen Potenz. Die Lambda i, das sind Nullstellen. Aber weil wir über den reellen Zahlen arbeiten, geht das nicht mit jedem Polynom. Was man aber beweisen kann, ist, dass jedes Polynom sich zerlegen lässt als ein Produkt von diesen Linearfaktoren, die wir schon hatten, und von Polynomen zweiten Grades, also x² plus ax plus b, dann jeweils zu einer gewissen Potenz. Also wenn man das r von x schreiben als eine Summe von gebrochen rationalen Funktionen, wo im Nenner jeweils diese Faktoren, die in der Produktzerlegung von dem q vorkommen, nur auftauchen. Also dadurch sind die gebrochen rationalen Funktionen, die ich so bekomme, einfacher. Das schauen wir uns jetzt an einem Beispiel an. Also wir nehmen uns mal die folgende gebrochen rationale Funktion r von x her. Das soll sein x minus 2 geteilt durch x mal x minus 1. Ja, da sehen wir, unser Nennerpolynom ist schon gleich in Linearfaktoren zerlegt. Und jetzt machen wir den folgenden Ansatz für die Partialbruchzerlegung. Da sagen wir jetzt einfach, wir haben unten im Nenner haben wir die einzelnen Linearfaktoren x. Das wäre eigentlich x minus 0, aber die minus 0 schreiben wir nicht hin. Und x minus 1 haben wir also zwei Linearfaktoren. Und jetzt wollen wollen wir das Ganze schreiben als irgendetwas a geteilt durch x. Also der erste Linearfaktor plus b geteilt durch x minus 1. Ja, so und das ist jetzt unser Ansatz. a und b sind jetzt Konstanten, die wollen wir noch bestimmen. Und jetzt gibt es mehrere Methoden, wie man diese Konstanten bestimmen kann. Fangen wir erstmal an mit der ersten Methode, dem traditionellen Koeffizientenvergleich. Diese Methode hat den Vorteil, dass sie immer funktioniert bei jeder gebrochen rationalen Funktion, während die andere Methode, die wir uns gleich anschauen, nicht immer funktioniert. Für unser Koeffizientenvergleich betrachten wir jetzt hier oben unseren Ansatz, die Gleichung Stern und multiplizieren die durch mit dem Hauptnenner x mal x minus 1. Das heißt, auf der linken Seite der Gleichung, wenn wir mit x mal x minus 1 multiplizieren, kriegen wir genau x minus 2. Während wir auf der rechten Seite, ich schreibe es jetzt einmal noch etwas aufwendiger hin als sein müsste. a geteilt durch x mal x mal x minus 1 plus b geteilt durch x minus 1 mal x mal x minus 1. Und so wie wir das gemacht haben, kürzen sich hier natürlich genau die Nenner raus. Da habe ich also a mal x minus 1 noch stehen und dann das x minus 1 bei dem b kürzt sich gegen das andere x minus 1. Das heißt, ich habe auf der rechten Seite a mal x minus 1 plus b mal x stehen und das können wir jetzt noch mal ein bisschen sortieren nach den Potenzen von x, die wir dort stehen haben. Das heißt, ich habe hier a mal x plus b mal x, also ausgeklammert a plus b mal x minus a stehen. So und jetzt vergleiche ich die Koeffizienten. Jetzt haben wir auf der linken Seite haben wir x stehen, also einmal x. Das heißt, wir wollen den Koeffizienten vor dem x vergleichen auf der linken Seite mit dem Koeffizienten vor dem x auf der rechten Seite. Das heißt, wir stehen 1 ist gleich a plus b. Und dann habe ich noch minus 2 auf der rechten Seite stehen, also minus 2 mal x hoch 0, wenn man so möchte. Und auf der rechten Seite habe ich minus a mal x hoch 0 stehen. So, da haben wir jetzt ein schönes kleines Gleichungssystem, das in diesem Fall sehr einfach zu lösen ist. Da bekomme ich gerade a ist gleich 2 heraus. Und wenn ich das in die obere Gleichung einsetze, habe ich dort stehen, 1 ist gleich 2 plus b, also für das a eingesetzt. Das heißt, mit anderen Worten, das b ist gerade minus 1. Also insgesamt gilt also mit diesen Koeffizienten, dass das r von x, das was unsere gebrochen rationale Funktion war, die ist also gerade 2 geteilt durch x plus minus 1 geteilt durch x minus 1. Und das ist jetzt die Partialbruchzerlegung dieser gebrochen rationalen Funktion. Jetzt hat die Methode des Koeffizientenvergleichs den Nachteil, dass wir ein Gleichungssystem lösen müssen, was möglicherweise aufwendig wird. Werden wir uns gleich im zweiten Beispiel auch noch mal anschauen. Es gibt jetzt eine Methode, mit der man häufig etwas schneller ist. Schauen wir uns mal die zweite Methode an. Da muss man die Nullstellen einsetzen. Also wir schauen uns wieder unseren Ansatz Stern an. Der war x minus 2 geteilt durch x mal x minus 1 gleich a geteilt durch x plus b geteilt x minus 1. So, den stellen wir wieder um, indem wir mit dem Hauptnenner durch multiplizieren. Also x minus 2 kriegen wir dann da raus, ist gleich a mal x minus 1 plus b mal x. So, und jetzt haben wir ja gerade, weil wir nur Linearfaktoren haben, können wir genau die Nullstellen ablesen. Wir setzen jetzt die Nullstellen ein. Und die Nullstellen können wir gerade an den Linearfaktoren in der Zerlegung unseres Nennerpolynoms ablesen. Also x gleich 1. Dann haben wir auf der linken Seite 1 minus 2, das ist also minus 1. Auf der rechten Seite haben wir a mal 1 minus 1, das gibt gerade 0. Das heißt, der Ausdruck mit dem a fällt hier gerade an der Stelle weg. Und dann habe ich hier nur noch b mal 1 stehen. Das heißt, auf der rechten Seite kriege ich einfach das b. So, und durch das Einsetzen der ersten Nullstellen haben wir also das b bestimmt, ohne irgendeine Art Gleichungssystem lösen zu müssen. Jetzt setzen wir noch die zweite Nullstelle, die wir kennen ein. x gleich 0. Das war ja die zweite Nullstelle. Da haben wir also auf der linken Seite stehen 0 minus 2. Das heißt, links kriegen wir minus 2 ist gleich a mal 0 minus 1 plus b mal 0. Der rechte Ausdruck in b fällt weg. Das heißt, wir haben da gerade minus a stehen. Und in diesem Fall finden wir wieder heraus, dass unser a wie eben auch dann schon 2 sein muss. Okay, also im Zweifelsfall, wenn man die Nullstellen kennt, kann man sich durch Einsetzen der Nullstellen das Leben leichter machen und braucht kein lineares Gleichungssystem lösen. Aber diese Methode funktioniert nicht immer. Wir schauen uns mal ein weiteres, etwas komplizierteres Beispiel an. Also zweites Beispiel. Da wollen wir mal die Funktion r von x soll sein. 2x hoch 3 plus 3x plus 2 geteilt durch x² plus 1 mal x² minus 2x plus 2 sein. Ja, auch hier haben wir das Nennerpolynom wieder aufgespalten in zwei Faktoren von Polynomen zweiten Grades. Und wie man sich leicht überlegen kann, haben diese Polynome zweiten Grades keine reellen Nullstellen. Ja, x² plus 1 ist in den reellen Zahlen nicht lösbar. Wir kriegen also gar keine Nullstellen, die wir wie eben in der Methode, die wir gesehen haben, einsetzen könnten. So, aber wir können wieder mit unserem Koeffizientenvergleich arbeiten und dazu machen wir wieder den Ansatz für die Partialbruchzerlegung. Da sagen wir einfach, das r von x, das soll sein a mal x plus b geteilt durch x² plus 1 plus c mal x plus d geteilt durch x² minus 2x plus 2. So, jetzt sieht der Ansatz ein bisschen anders aus als das, was wir eben hatten. Das liegt daran, dass die Produktzerlegung unten im Nenner jeweils nur uns Faktoren gegeben hat, die Polynome zweiten Grades sind. Und bei eben im ersten Beispiel hatten wir nur Polynome ersten Grades. Das heißt, da haben wir oben auf dem Zähler in dem Ansatz haben wir jeweils nur eine Konstante bekommen. Jetzt haben wir unten im Nenner allerdings bei diesem Beispiel Polynome zweiten Grades und das bedeutet, dass wir jetzt oben im Zähler auch Polynome ersten Grades zulassen müssen. Also wir brauchen wirklich vier unbekannte Konstanten a, b, c und d, die jeweils so zusammengesetzt sind, dass wir oben das a x plus b auf dem Zähler haben. Okay, so und jetzt können wir das Ganze wieder umstellen, also multiplizieren mit dem Hauptnenner. Da erhalten wir dann die folgende Gleichung. Also der Hauptnenner ist in diesem Fall das x² plus 1 mal x² minus 2x plus 2. Wir multiplizieren mit dem Hauptnenner, kriegen auf der linken Seite gerade den Zähler von der gebrochenen rationalen Funktion r heraus als 2x hoch 3 plus 3x plus 2. Auf der rechten Seite kommt unser erster Term a x plus b, multipliziert jetzt mit dem Hauptnenner, kürzt sich das x² plus 1, das heißt wir kriegen noch ein x² minus 2x plus 2. So und jetzt kommen wir noch den zweiten Term, also plus cx plus d und das Ganze wird jetzt auch wieder mit dem Hauptnenner durchmultipliziert, dabei kürzt sich das x² minus 2x plus 2 und es bleibt stehen, cx plus d mal x² plus 1. So, das multiplizieren wir jetzt alles aus. a x hoch 3 minus 2 a x² plus 2 a x² plus 2 a x plus b x² minus 2 b x plus 2 b. Zweite Zeile plus cx hoch 3 plus cx plus d x² plus d. So, und jetzt sortieren wir das Ganze auf der rechten Seite nach den Potenzen von x. Also schauen wir uns erstmal die Terme an mit x hoch 3, da haben wir genau zwei Stück, da kriegen wir also a plus c multipliziert mit x hoch 3. So, jetzt kommen die Terme mit x², da haben wir hier einen quadratischen Term, da einen quadratischen Term und hier einen quadratischen Term. das heißt, wir haben also plus minus 2 a plus b plus d mal x². So, dann kommen jetzt alle Terme, wo das x nur einfach drin vorkommt. Die sind hier, also plus 2 a minus 2 b plus c mal x. Ganz zum Schluss haben wir noch die Terme, in denen das x gar nicht vorkommt. Also da haben wir jetzt plus 2 b plus d. Wir wollen also die Koeffizienten vergleichen, um ein lineares Gleichungssystem zu haben. Wir schauen uns also den Koeffizienten von x hoch 3 auf der linken Seite an. Das gibt uns gerade, auf der linken Seite haben wir die 2 dort stehen. Also haben wir 2 muss gleich sein, a plus c. Dann der Koeffizient, der auf der linken Seite vor dem x² steht, ist 0. Auf der linken Seite kommt ja gar kein x² vor. Also haben wir 0 ist gleich minus 2 a plus b plus d. Dann auf der rechten Seite haben wir hier in den Koeffizienten 2 a minus 2 b plus c vor dem x stehen. Und auf der linken Seite haben wir dort eine 3. Deswegen kriegen wir hier noch ein 3. So, und jetzt sehen wir den letzten Koeffizient, der vor dem x hoch 0 steht, also wo das x gar nicht vorkommt. 2, das muss dasselbe sein wie 2 b plus d. Also wir haben 2 ist gleich 2 b plus d. Jetzt haben wir ein Gleichungssystem mit 4 Unbekannten und 4 Gleichungen. Das wird man jetzt auflösen müssen, um herauszufinden, was a, b und c sind. Das wollen wir in diesem Video nicht machen, weil es ein bisschen länger dauert. Das ist ein schönes Anwendungsbeispiel für das Gaussche Eliminationsverfahren. So, wenn man das aber tut und das Ganze ausrechnet, dann kriegt man folgende Lösungen heraus. a muss 1 sein, b muss 0 sein, c muss 1 sein und d muss 2 sein. Das heißt, am Ende vom Tag, insgesamt, gilt also das rx, mit dem wir gestartet sind in diesem Fall, lässt sich also schreiben als x-x geteilt durch x² plus 1 plus x plus 2 geteilt durch, jetzt muss man mal gucken, was der zweite Faktor war, das war gerade, Entschuldigung, das x² minus 2x plus 2. x² minus 2x plus 2. So, damit haben wir auch hier die Partialbruchzerlegung ausgerechnet und für diese übrig gebliebenen, gebrochen rationalen Funktionen ist es dann einfacher, ein Integral auszurechnen, weil wir für diese Funktionen Stammfunktionen kennen.